na gut dann wagen wir uns jetzt mal an die ganzen uniformen ran wir hätten gerne eine neue uniform und zwar heißt die shift n hammer und im vergleich ich gucke mal ganz kurz die axt uniform an also steht nur metall brustplatte und metall shirts das ist schon mal ganz gut ich dachte ich hätte hier schon eisen ausgewählt das heißt alle unsere zwerge die die axt uniform an haben tragen irgendwelche metall brustplatten also wahrscheinlich dann die kupfer brustplatten von den goblins so die leather cloaks hier ist nichts spezifisch okay also eigentlich könnten wir das eins zu eins kopieren aber ich glaube man kann uniform nicht kopieren die lied schade na gut also das ganze noch mal wir brauchen brustplatte wir brauchen mail shirts und die müssen aus einem bestimmten material sein shift m metal also ja brustplatte mail shirts können ihn aus metall seiten aber gut der vollständigkeits halber machen es mal so dann kommen die beine da waren das trousers und gris gucken wir mal kurz bei der axt ab und mehrere trousers tragen konnte die zweite zwei trousers eingrief okay also noch einmal schau so was die können wieder schiff dem aus leder sein aus metall und aus leder ich freue mich auf die zeit mit besuch viel hunden leder und so viel pigtail und so viel eisen überhaben ist uns wirklich aussuchen können woraus unsere rüstung bestehen und unsere zwerge nicht wie clowns rumlaufen aber sei es drum so ein helm und 1 2 3 4 5 6 7 hz helm bitteschön nur aus metall holz bitteschön nur aus leder soll zwar nicht allzu viel unterschied machen auch das lehring an sich nicht allzu viel bringen aber jedes bisschen hilft denn tote zwerge sind echt echt nicht gut so oder der hut jetzt kommen die handschuhe das waren einmal die gauntlets und einmal die mittens countlets aus metall mittens aus leder davon haben wir schon 16 stück oder so wobei ich mir nicht sicher bin ob sie jetzt 16 paare sind oder 16 einzelne handschuhe also nur für acht zwerge reichen würde schuhe da hätten wir gerne das hat man macht high boots und schuhe was sagt die axt uniform die axt uniform sagt leider schaus aus ach du gute güte okay das heißt high boots und schaus aus dinger die müssten aus leder und du musst aus metall so ein schild hätten wir gerne noch und eine waffe und zwar gleich total verklickt und zwar maces die soll bitteschön auch nur aus metall sein ich dass ihr mit irgendwelchen trainings dinge da rumläuft nicht verklickt mich die ganze zeit so hammer jetzt shift m für material und hier können wir nicht metall auswählen na gut dann halt eisen und die schilder aus metall das wird den eisen maces könnte knapp werden obwohl wir haben es gerade zähne produktion richtig gucken wir gleich mal erst mal die uniform sind mit der uniform fertig wir haben wir haben noch keine club sehe ich gerade clubs 1234567 stück und die bitteschön auch nur aus leder ja wir werden sehr sehr viel leder und sehr sehr viel stoff brauchen also stoff für die zivilisten und leder für die miliz so das hätten wir jetzt auch geklärt jetzt müssen wir nur noch dem trupp die elfenbein lanzen ausrüsten und zwar mit shift u assign uniform ihr seid axed ist ok und ihr seid hammer und zwar shift enter für alle im trupp jetzt müssten die hier alle den hammer die hammer uniform anhaben und gleich wieder auf dem militär screen und wir sollten jetzt hier deren schedule festlegen gucken wir mal ganz kurz wie das bei den sanften farbemitteln war die haben angefangen mit training das heißt bei den anderen machen wir es genau andersrum das heißt die fangen an mit pause die ersten beiden monate also hier shift oh das kann man direkt nebeneinander sehen das ist ja sehr praktisch ok also das hier weg das hier weg das 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 so das heißt es ist immer ein trupp aktiv wir müssen halt nur gucken welcher trupp das gerade ist dass wir nicht auf den falschen trupp los schicken und dann beide gleichzeitig aktiv sind und beide gommelig werden das muss ja nicht sein so das heißt die dürfen jetzt eigentlich automatisch gleich anfangen zu trainieren wir müssen sie nur einmal auf aktiv setzen also es shift b und t so und wir haben noch kein trainingsraum für die festgesetzt wir könnten das in dem selben raum machen und das machen wir einfach mal das heißt wir machen jetzt hier draus noch eine baracke und die ist für die ivory lances und hier trainieren sie bitteschön haben ihr individuelles equipment und ihr squat equipment das heißt durch den weapon rack hier unten haben wir jetzt den trupp im trainingsraum gegeben und durch den armor stand da oben dem anderen trupp aber die dürften sich ja eh nicht in die quere kommen da die ja unterschiedliche trainingszeiten haben so jetzt müsste der trupp einigermaßen einsatzfähig sein die zwerge werden nach und nach ihre waffen holen denn ist gut so was für fehlermeldung haben wir wir haben kein stoff mehr das ging sehr schnell wir haben keine fässer mehr das kommt unerwartet wir haben inzwischen bisschen granit über und warum arbeiten unsere meistens nicht die meistens haben nichts zu tun das geht ja gar nicht äh gucken wir mal ganz kurz wie viele steinblöcke wir haben im notfall können jetzt ein paar steinblöcke schleifen und dann können wir auch ein paar neue steinfässer herstellen granitblöcke 353 aber wir wissen wieder nicht wie viele davon wirklich schon verbaut sind das finde ich echt nervig na gut shift c flan bauen wir einfach da mal was hin zum testen und gucken wie viele granit da ist granit wo sind granitblöcke granitblocks 71 stück haben wir nur nö das ändern wir gleich mal rockblock 20 stück und wie stellten wir jetzt nochmal das andere her die fässer das war im craft dwarfs workshop richtig das heißt hier und dann werden die steine hier unten genommen dann sehen die fässer zwar komisch aus aber damit werde ich erstmal leben müssen besser als das ganze granit zu verbrauchen der transport dauert ja echt viel zu viel zu lange so rock pod machen wir mal zwei listen voll so du auch rock pod und so wie sehen unsere vorräte aus inzwischen haben wir wieder genug zu trinken das war ja kurzfristig recht weit unten und wir haben 1100 pflanzen über huha das ist übel und wir haben 402 pigtails ha also aus pigtails macht man dann den stoff das problem ist nur dass dadurch die pflanze kaputt geht und ich glaube es werden keine samen produziert das heißt man muss immer gut darauf achten dass man noch genug pflanzen hat die verbraucht werden können um dann neue samen zu bekommen um dann neue pflanzen zu bekommen sonst haben wir irgendwann das problem wie bei den sweetpots dass plötzlich keine mehr da sind aber 400 ist eine menge äh ja das heißt wir suchen uns jetzt den ort wo wir aus den pigtails den stoff herstellen können äh hier unten vielleicht ne aus dem loom können wir nur also im loom ist der das spinnrad oder webstuhl da können wir nur aus fäden stoff machen das heißt wir brauchen erstmal etwas wo wir die fäden aus den pigtails bekommen das war glaube ich ein bauern workshop na gut machen wir hier unten mal ein loch rein mhm so so und wir hätten gerne ein farmers workshop ich hoffe einfach mal dass das das war und das kann auch etwas shared sein hier unten ist das egal jetzt sollten wir auch gucken ob irgendeiner der zwerge überhaupt den beruf dafür hat unter was wird das sein wir haben milling, brewing, cheese making, spinning äh ja das hört sich ein bisschen so an da gebe ich doch mal ganz kurz im drawtherapist unserem cloth menschen auch spinning und shearing das ist halt scharfe scheren zum beispiel falls das irgendwann mal kommen sollte und sonst sehe ich keinen skill der da ungefähr so reinpasst so commit changes und hoffentlich kommt er jetzt gleich angelaufen und das sieht doch gut aus gucken wir mal fertig wir hätten gerne process plant spin thread ähm da wird jetzt aber nicht definiert was genau wir machen sollen gucken wir einfach mal ich hab jetzt mal achso er meckert immer noch dass er Stoff braucht ok das heißt wir haben jetzt einfach mal den Auftrag gegeben eine Pflanze zu prozessieren also weiter zu verarbeiten und ich wollte eigentlich gucken was da gleich rauskommt aber wir haben eine Karawane im Anmarsch Karawane im Anmarsch heißt wir haben auch die Chance eines Angriffs also einfach sicherheitshalber mal alle Zwerge im Bunker ich will nicht schon mehr Leute verlieren und wir gucken welcher Trupp gerade aktiv ist das können wir wo hier unsere Färbemittel sind aktiv also S, Shift A Move dahin so das müsste jetzt so ziemlich die sicherste Methode gewesen sein die ich kenne vier Wagen sind schon mal also dass alle Zivilisten sofort im Bunker kommen sobald eine Karawane eintrifft und ein Militär Trupp vor die Tür schicken und das sieht doch aus wenden wir in Angriff ja hier sind vier Goblins und die schießen auf den Hund wahrscheinlich nicht und der Hund steht einfach da und macht nichts doch der greift an sehr schön zack und er ist tot und der andere Hunde oben ist auch tot und es ist noch ein Trupp oh weia zwei fünf sechs elf Goblins sind es bisher und die Karawane Wachen machen bisher gar nichts das ist ja auch nicht schlecht also klar wir können jetzt einen Ausfall machen mit unseren Zwergen aber ähm dafür sind mir die Zwerge nicht zu schade und die Karawane kommt eigentlich ganz gut voran ah da ist jetzt eine Karawane Wache die angreift gucken wir mal ganz kurz wie die sich so schlägt eigentlich sind die ja ziemlich stark keine Wunden bisher keine Wunden bisher lassen wir mal kurz laufen ähm ich sehe die Wache nicht mehr das ist kein gutes Zeichen aber gut die Karawane ist jetzt schon in den ersten Fallen das heißt selbst wenn die Goblins jetzt rein laufen würden würden sie nicht weit kommen so da ist irgendeine Leiche auf dem Boden das wird wohl die Wache gewesen sein ja oh es sind Eisensachen dabei sehr schön die können wir später einschmelzen ich bin ja gar nicht fies oder so er hat sich für das Vorort und für die Karawane geopfert und wir schmelzen seine Sachen einfach ein aber gut also Karawane ist gleich da das heißt wir sollten Gerogon hinschicken wir sollten Sachen hintransportieren lassen und dann können wir auch gleich den Bunker Befehl aufheben denn jetzt sind ja alle oben das heißt solange ich ein Auge auf den Eingang habe kann auch kein Zwerg raus sobald ich sehe dass irgend so ein kleiner Pixelhaufen da den Tunnel lang laufen will kann ich einfach pausieren und dann wieder ein Alarm auslösen oder irgendetwas anderes machen um mich davon abzuhalten das war mir halt nur erstmal wichtig dass alle erstmal drin sind so ganz viele Finne spinzeln so und Alarm aufheben so aber das Handeln machen wir in der nächsten Folge jetzt erstmal einen kurzen Cut also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich